schönen guten abend hallo es ist einmal wieder 18 uhr und pünktlich erscheint ein leiten teil ja lange ist ja aber es ist nun wieder so weit wir sind immer noch beim hasentheater wir sind immer noch völlig gespannt was da alles auf uns zukommt und völlig total ich hänge an deinen lippen mega cool also weiter geht's langsam geht es wirklich voran mit der schauspielerei du kannst schon richtig viel das habe ich alles nur mit deiner hilfe geschafft aber nicht doch du hast hart trainiert und der zirkus direktor und den zirkus direktor hast du auf die bühne auch allein meinst du wirklich ich weiß es und jetzt lass uns feiern und denen das tanzbein schwingen was das tanzbein was ist das denn ist dass du etwas wie eine ein hasen schenkel na das ist doch nur eine das ist doch nur eine redewendung vielleicht tanzen haben gar nicht die hasen würde vielleicht eher tanzen indem ihr im kreis herum hoppelt aber es gibt viele arten zu tanzen da kann man ganz kreativ sein das klingt ja aufregend zeigt mir wie das geht ui du bist aber engagiert denkt nicht über die schritte nach tanze einfach drauf los wenn du das bis zum nächsten herr stück drauf hast wird das ein klacks ich schreibe es mal unter tanz ins hasen büchlein und nun habs drauf los jawohl tanz wurde dem hasen büchlein hinzugefügt schlappi beherrscht nun die aktion schleichen ok er hat schon wieder was ja äh hasen ritt kann ich dich mal etwas fragen schloppy nein ja ja was würdest du machen wenn dich jemand angreifen würde richtig brutal das klingt aber nicht schön da würde ich mich bestimmt ganz arg fürchten aber wenn jemand fies wäre bekäme er einen hasenlauf verpasst das steht fest einen hasen auflauf ist ein perverses vieh mit käse ja einmal fix das hinterbein ausgestreckt und schwupp fliegt er weg aber wieso fragst du war jemand gemein zu dir hast du dich gefürchtet nein nein obwohl es so ein tritt mit dem hasenlauf schon beunruhigend klingt aber es wäre auf jeden fall eine gute aktion für deinen repertoire das klingt sogar besser als ich anfangs dachte ach ja dann werde ich mir mühe geben das gut darzustellen da wird der ganze zirkus staunen wenn ich meinen hasen tritt vorführe oh das ist gut das kommt sofort ins hasen büschlein hasen tritt wurde dem hasen büschlein hinzugefügt so jetzt müssen wir die zwei sachen lernen tanzen und nein zurück doch ja mei tanz drehen und dann einen salto rückwärts wenn er steht und ich ihn von kopf bis fuch kopf bis bauch streichle also drehen und dann einen salto wenn er steht und ich ihn von kopf bis bauch streichle was macht er denn jetzt da oben kommt er jetzt runter so also stehen stehen du musst die die brust gedrückt halten ich muss mich mal kurz anders positionieren ja ist doch gut hause kommt runter komm komm mal wieder runter hallo ist doch fetten fressbacken na hoch das war zu viel also nur auf die bau nur auf die rechte brust die rechte ich bin die rechte brust warte ich nochmal ähm das kann nicht sein der fliegt um die brust für eine sekunde halten danach nach oben ziehen na also so und jetzt äh was war das jetzt tanzen ja anschließend von kopf bis zum bauch streicheln das ist tanzen oh ja klar huch wo hast du denn nur so gelernt zu tanzen so viel talent kann der zirkusdirektor nicht einfach regeln das war klein at the discothek ich weiß nicht du hast mir das doch beigebracht also ist das gar nicht mein verdienst ich hab dir nur ein paar tipps gegeben aber gelernt hast du das schon selbst du hast dir ja geradezu die pfoten abgearbeitet es scheint dir auch spaß zu machen die zuschauer werden was erleben also gut das wird zu vorderen tasen bücheln notiert die aktion ist für glückliche momente gedacht da passen sie wirklich gut glückliche momente ja tanz sehr schön tanz sehr schön so dann haben wir hier das ach nein den kick jaja hasen tritt zuerst müsste er aufrecht stehen wenn ich dann mehrfach rasch rechts oder links von ihm tippe das ist rasch rechts und links von ihm zwei bis dreimal am rand tippen steht da das war ein ninja hasi ob man ihn jetzt als kunstform bezeichnen kann die alte kunst des hasen tritts seit generationen weitergegeben zack die bösewichte haben keine chance wie im kong fu film kong fu hasi zack schwupp hui das muss ich im hasen büchlein aktualisieren büchlein einverstanden hasen tritt wat ein konfu killer achja tschuu so ist haben wir alles ach schleichen ach da schleichen langsam und behutsam gehen völlig geräuschlos das baut spannung auf so äh Ende Ende zu hause ist's am besten nachdem herr hase aus das neue domenzil seines cousins gesehen hat will er auch ein neues zu hause wie dieses drehbuch will er vielleicht es war ein ganz gewöhnlicher tag im wald herr hase folgt der einladung seines cousins flauschi der vor kurzem einen neuen bau im wald bezogen hatte folgte der einladung seines cousins flauschi und was war das jetzt nummer vier oder fünf fünf äh ja fünf ja ja soll ich dir einfach sagen ähm spazieren äh tenteln steht hier aber spazieren würde wahrscheinlich okay tänzeln ach wo war das jetzt sag mal das ist rotes ich hab's im nacken boah als unser kleiner hoppel flauschis niegelnagelneuen bau sah wurde er ganz neidisch er wollte genauso einen ich möchte dich grün vor neid sehen grün und richtig verärgert irgendwas grün ist ja dieses türkise also türkis ja schmollen ne lampen echt verstimmtes aufstumpen na ok wenn auch das sein heim sollte das beste des waldes werden vorher wollte er aber noch die wohnung seiner freunde inspizieren inspizieren ok keine Ahnung das ist Unruhe Farbe äh grün ein baunah am fluss gelegen so wie hä was so wie biebe einen hat das wäre schön dachte das schlappohr bei sich nun etwas glückseligkeit weil du dir dein traumhaus vorstellst glückseligkeit vorfreude oder sowas jubel ein kleiner freund hüpfen ne doch 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 oder ganz was anderes ein luftiges heim in der baumkrone wie hörnchen eines hat noch etwas freudige erwartung bitte vielleicht etwas verspielt jetzt kommt was braun ist oder gelb ist oder herumkugeln ne späne handstand gewackel mit dem hinterteil auf den vorderpfoten stehen gewackel würde ich sagen ja wackeln 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 oder eine noch viel größere höhle wie bei herrn bär das wäre fein die würde allen meinen freunden platz bieten jetzt bist du sehr glücklich und zufrieden mit deiner idee jetzt was rotes tons jo während er durch das gehölz spazierte dachte unser hoppla über all dies nach spazieren jo so er war noch ganz in gedanken vertieft als er seiner nachbarin frau eule auf dem waldweg begegnete er war für gedanken vertieft also er achso kann ich gar nicht er redet jetzt mit eule frau eule hörte sich lang ohrs misere besonnen an und schüttelte danach energisch ihren gefederten kopf lang ohrs misere an ... ... wobei gott grün ne gequassel jo sie sagte Alle Waldbewohner haben schöne, ganz unterschiedliche Domizile, aber meines ist doch das Liebste. Ist mir das Liebste. Herr Hase dachte über ihre Aussage nach und plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Und hier fällt dir dann plötzlich etwas ganz Tolles ein. Geistesblitz. Mhm. Wo war der denn jetzt? Das ist was Grünes. Da. Er war so neidisch auf die Behausungen seiner Freunde, dass er vergessen hatte, wie bequem doch der eigene Bau war. Das ist auch was Grünes. Das ist auch was Grünes. Schock oder Sorge? Schock. Weiß auch nicht was. Schock, dass es zu Hause so gemütlich ist. Er verstand, dass ein jeder so leben soll, wie es für ihn am besten ist. Plötzlich wollte er nur noch in sein behagliches Heim. Mit dieser wertvollen Lektion hoppelte er nach Hause. Hm. Was? Schickliches. Flücht. Ne, Flücht. Jo. Doch, Flücht. Jo. Ende. Muss ich jetzt wieder lesen. Ach nee, komm, lass. Ich hab's dir jetzt gerade vorgelesen. Danke. Überspring. Ausnahsweise. Zu Hause ist's am besten. Ganz talentfrei bist du nicht, aber wir schauen mal. Tänzeln. Kannst die Aktion vorlesen. Oh, okay. Stampfen. Unruhe. Jubeln. Wackeln. 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 Tanz. Tanz. Spazieren. Spazieren. Gequasseln. Spazieren. Geistesblitz. Schock. Flüchten. In. Glückwunsch. Zu Hause ist am besten abgeschlossen. Sehr vielleicht, ich hab dir die Börder im Mund umgedreht. Mach doch nichts. Der Zirkusdirektor ist sicher schon ganz beeindruckt von deinen Fortschritten. Du hast wirklich viel geübt und das merkt man auch. Das stimmt. Luke, kannst du mir mit einem Trick helfen? Er gelingt mir noch nicht richtig. Klar, wo hängt es denn? Oder besser gefragt, um was für einen Trick geht es denn? Ich habe mir gleich zwei Aktionen ausgedacht. Die erste wäre ein Sprung in die Luft mit Drehung und Landung auf den Läufen. Die andere ist etwas seltsam. Wenn ich mich arg fürchte und mich ganz hilflos fühle, bekomme ich Panik. Also willst du eine Aktion für einen theatralischen Sprung und einen für Panik lernen? Ich weiß nicht genau, wie ich da helfen soll, aber ich will es auf jeden Fall versuchen. Ich schreibe beides mal ins Hasenbüschlein. Dann können wir sie später noch üben. Einfach stanken. Sprung. Panik. Panik. Boah, jetzt denke ich mal, kommt die letzte Aktion. Denkst du dir gerade eine neue Action aus? Also du findest meine Tricks immer so süß. Also habe ich gedacht, ich probiere mal was anderes und erfinde mich quasi neu. Aber leider ist das gar nicht so einfach. Irgendwie komme ich nicht weiter. Oh je, du kannst doch nicht einfach aufhören süß zu sein. Das geht gar nicht. Aber wenn du etwas um die Ecke denkst, fällt dir bestimmt etwas Neues ein. Das ist ja genau das, was mir so schwerfällt. Oh, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber es gibt einen Tanzstil, der sich Breakdance nennt. Der ist wirklich angesagt. Ich hoffe nicht, aber du wärst bestimmt der erste Breakdance-Hase. Schau mal, ob du das schaffst. Bisher klingt das alles noch etwas schwammig, aber ich gebe mir Mühe. Ich vertraue Dialog. Ja, ja, ja. Wunderbar. Auch das kommt in mein Hasenbüschlein. Bei deinem Breakdance werden die Zuschauer aus den Staunen nicht mehr herauskommen. Ein kleiner Hoppser für einen Hasen, aber ein großer Sprung für die Hasenwelt. Brakedance wurde dem Hasenbüschlein zugeführt. Super. Oh nein. Oh ja. So. Wenn er mir den Rücken zudelt und ich ihn dann rhythmisch antippe. Rhythmisch antippe. Das hört sich schon so ein bisschen... What? What willst du hier noch mal? Oh. Klappt. Weiß ich noch nicht. Das hast du gut gemacht. Da merkt man, dass du dir viel Mühe gegeben hast. Mömel, Mömel. Ich kann ziemlich gut hopsen, findest du nicht? Oh ja, das kommt gleich ins Hasenbüschlein. Ich muss dir wohl nicht sagen, dass es eine Aktion für einen... Äh... Sprünge ist. Richtige Sprünge, aber auch Gedankensprünge. Also zum Beispiel, wenn du eine schwierige Aufgabe gemeistert hast. Verstehe. So, hier haben wir alles mal endlich komplett. Da haben wir noch den... Er muss mit einem Handstand... Er muss mit einem Handstand beginnen. Danach kann ich ihn von Seite zu Seite schubsen. Was ist denn das jetzt? Breakdance? Mhm. Also du sollst den Kopf gedrückt halten? Oh. Oh. Nein. Und dann... Danach nach unten ziehen. Anschließend... Den Rücken seitwärts streicheln. Boah, jedes Mal, wenn man hier... Nee, der macht das nicht. Huh? Was macht der jetzt? Das ist Muternfall. Oder stampfen. Versuch mal, weiter oben anzusetzen. Naja, warte. Geh jetzt mal die Foot runter. Prima, das war ausgezeichnet. Und wen nicht, du? Wenn du mal flippige Tanzfiguren brauchst, dann weißt du, was du tun musst. Mö, 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 flippig. Das wird im Hasenbüchlein festgehalten. Sofort. Büchlein. Ja, gut. Breakdance. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch eine Aktion. Panik. Es ist gemein, aber... Ich muss ihn auf die Hinterbeine stellen und ich muss ihn auf die Hinterbeine stellen und ihn dann am Bauch kitzeln. Schon wieder auf die Hinterbeine. Also... Brust... Anschließend zwei, drei Mal auf den Bauch tippen. Was? Das ist Panik? Da habe ich mich jetzt ganz schön erschreckt. Das tut mir leid. Dafür kannst du jetzt eine total lustige Pause. Das war es aber nicht wert. Doch, doch. Bestimmt. Ich vermerke das gleich im Hasenbüchlein. Wenn du das machst, werden sich die Leute kugelnvoll lachen. Aber... 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 Muss ich es dann nochmal üben? Das wirst du schon sehen, wenn es soweit ist. Hm... Hm... Gemein. Logisch gemein zu mir. Ich glaube, wir werden euch nun... Panik, Panik, alles bla. So, warte mal. Was macht die Zeit? Jetzt ist es perfekt, um den Part zu beenden. Dann sage ich doch. Hasi hoppelt schon... Tschüssi. Warum hoppelt denn dann weg? Hallo, Hasi. Freunde, bis morgen. Ender über 18, natürlich. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.